Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Für meinen heutigen Fall machen wir erneut einmal wieder eine Reise nach Südafrika. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir zuletzt gemeinsam dort waren, als ich euch vor einigen Monaten über den Mord an der 21 Jahre alten Studentin Inge Lotz berichtet habe, die im März 2005 in ihrem Apartment in Stellenbosch, einer Stadt im Südwesten Südafrikas, tot aufgefunden wurde. Ein wirklich aufwühlender und komplexer Fall, nicht anders als der, über den wir heute sprechen werden. In der südafrikanischen Provinz Nordkap, in der Gemeinde Syankuma, liegt mitten im Distrikt Pixley Kaseme der Ort Krikwastat. Die kleine Stadt mit gerade einmal 6000 Einwohnern gehört wahrlich nicht zu den Touristenmagneten des Landes und die meisten Menschen, die dorthin kommen, halten, wenn überhaupt, nur an, um eine Kleinigkeit dort zu essen oder zu tanken, bevor sie dann ihre Reise fortsetzen. Doch die Menschen, die in Krikwastat leben, sind zufrieden. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten in Südafrika ist die Kriminalitätsrate hier relativ niedrig, genauso auch die Arbeitslosigkeit, was auch unter anderem mit der Tatsache zu tun hat, dass die Gegend für die ertragreichste Förderung von Schmucksteinen, vor allem dem Tigerauge bekannt ist, die dann weltweit verkauft werden. Doch die Menschen in der Umgebung von Krikwastat leben von der Landwirtschaft. In dem dünn besiedelten, weitläufigen Gebiet um die Stadt herum, gibt es nämlich viele Farmen und Schaf- und Rinderzucht steht dabei im Vordergrund. Im April 2012 lebt auf genau so einer Farm, 5 Kilometer von Krikwastat entfernt, der 44 Jahre alte Deon Steenkamp mit seiner Familie, seiner Frau Christelle und seinen beiden Kindern, dem 15 Jahre alten Don und der 14-jährigen Mattella. Die Steenkamps bewirtschaften bereits seit mehreren Generationen, seit über 100 Jahren Farmen in diesem Distrikt. Und schon vor seiner Heirat mit Christelle hatte Deon die Tradition fortgesetzt, mit dem Unterschied, dass er neben Schafen und Rindern auch Pferde auf seiner Farm hielt. Der 1,90 große und 120 Kilogramm schwere Deons Steenkamp ist ein ruhiger und angenehmer Zeitgenosse, der in der Community von Krikwastat als fairer, zuverlässiger und hart arbeitender Farmer und Geschäftsmann gilt. Glaube und Tradition sind ihm sehr wichtig, weswegen er sich auch in der Kirchengemeinde seiner Stadt engagiert und neben seiner Arbeit auf der Farm auch seine Leidenschaft fürs Cricket auslebt, indem er mehrere Teams aus der Gegend regelmäßig trainiert. Seine Ehefrau, die 43 Jahre alte Christelle Steenkamp, ist ebenso wie ihr Mann Deon äußerst beliebt. Sie ist selbst auf einer Farm aufgewachsen und als sie während ihres Studiums an der Universität Deon kennengelernt hat, hatten die beiden aufgrund genau dieser Tatsache direkt einen Draht zueinander. Jeder, der sie kennt, kommt gut mit ihr zurecht, vor allem weil Christelle sich nicht scheut, die Dinge anzupacken und hart zu arbeiten. Wenn sie nicht auf der Farm mithilft, kümmert sie sich um ihr eigenes kleines Bäckereibusiness, das sie seit einigen Jahren betreibt und verbringt ihre wenige Freizeit am liebsten in ihrem kleinen Garten auf der Farm. Trotzdem, dass Deon und Christelle durch ihre harte Arbeit in den vergangenen Jahren zusätzlich zu dem guten Fundament, das sie bereits vorher hatten, einiges an Vermögen angehäuft haben, gelten sie als sehr bodenständiges Ehepaar, das sich an Recht und Gesetz hält und das vor allem auch, wenn es um ihre Kinder geht, stets darauf achtet, dass diese das ebenfalls tun. Das älteste Kind der Steenkamps, Don, der 1996 zur Welt kommt und im April 2012 15 Jahre alt ist, ist eigentlich ein typischer Teenager. Wenn er an den Wochenenden zu Hause ist, verbringt er gerne Zeit mit seinen Freunden aus der Gegend, geht angeln, spielt Computerspiele und packt auf der Farm mit an. Der eher ruhige und introvertierte Don hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter Christelle. Wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gibt, wendet er sich immer zuerst an sie. Er gilt als zurückhaltend, ernst, ja sogar ein wenig schüchtern und ist damit das genaue Gegenteil zu seiner jüngeren Schwester Martella. Denn die 14-Jährige ist sehr offen, herzlich, fröhlich und hilfsbereit. Sie liebt Pferde, reitet gerne und ist eine äußerst gute Athletin. Martella hat viele Freunde und ist in ihrem Freundeskreis vor allem auch aufgrund ihrer charmanten und ehrlichen Art sehr beliebt. Die Steenkamp-Kinder besuchen das Grey College im über 300 Kilometer entfernten Blomfontein. Beide sind äußerst intelligent und schreiben gute Noten. Und die Tatsache, dass sie aufgrund der Entfernung, es sind über drei Stunden Fahrzeit, von Griequastat zu ihrem College nach Blomfontein, nur an den Wochenenden und in den Ferien zu Hause bei ihren Eltern sind, ist aufgrund der Lage in dieser Gegend von Südafrika wirklich nichts Außergewöhnliches. Viele Schülerinnen und Schüler müssen weite Strecken zurücklegen, um zu ihren Schulen zu kommen, weswegen es auch ganz normal ist, dass dort eben Übernachtungsmöglichkeiten für die Kinder vor Ort eingerichtet werden, meist natürlich auch in den weiterführenden Schulen, in den Colleges, sodass dann dort die Kinder unter der Woche versorgt werden und dann an den Wochenenden wieder zurück zu ihren Familien kommen. Doch Dion und Christelle Steenkamp war es besonders wichtig, dass ihre beiden Kinder, Don und Martella, jedes Wochenende die Möglichkeit haben, nach Hause zu kommen. Ihre Kinder waren ihnen das Wichtigste und neben einer guten Schulausbildung wollten sie ihnen natürlich die Möglichkeit geben, in den Ferien ohnehin, aber auch an den Wochenenden immer zu Hause auf der Farm zu sein. Es ist Freitag, der 6. April 2012. Karfreitag. Um kurz nach 19 Uhr rast ein weißer Pick-up-Truck auf den Parkplatz der kleinen Polizeistation in Griequastat. Hinterm Steuer sitzt der 15 Jahre alte Don Steenkamp. Als er die Tür des Reviers aufreißt und hinein stolpert, schreit er hysterisch, sie sind alle erschossen worden. Sie sind alle tot. Die Polizisten, die zu diesem Zeitpunkt vor Ort sind, können jetzt nicht fassen, was sie da hören und erst recht nicht, was sie da sehen. Die Hände, die Arme, die Beine, die kurze Short, die Don trägt, alles ist über und über voll mit Blut. Der Junge wirkt vollkommen aufgelöst und lässt sich kaum beruhigen. Die Polizisten müssen aber natürlich jetzt sofort erfahren, was passiert ist. Und sie versuchen Don ein wenig zu beruhigen. Auch wenn das nicht wirklich funktioniert, berichtet der Junge jetzt, was sich ereignet haben soll. Er sagt, dass er gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester Martella am frühen Abend dieses 6. April gemeinsam im Wohnzimmer Fernsehen geschaut hat. Alles sei vollkommen normal gewesen und die Familie habe sich auf das bevorstehende Osterwochenende sehr gefreut. Doch dann sei ihm Don auf einmal eingefallen, dass er vergessen hat, am Nachmittag in der Scheune eine Birne auszuwechseln, worum ihn sein Vater gebeten hat. Deswegen sei er aufgestanden und habe sich die 30 Meter vom Haupthaus hinüber zur Scheune aufgemacht. Dort hat er sich dann eine Leiter geholt, eine Birne und hat dann mit seiner Arbeit begonnen. Doch schon nach wenigen Minuten hätte er ungewöhnliche, laute Geräusche aus dem Haupthaus gehört. Zunächst war er sich nicht sicher, was da los ist, ist von der Leiter hinuntergestiegen, doch dann hätte er klar Schüsse wahrgenommen. Er sei so in Panik geraten und hat große Angst bekommen, weswegen er sich hinter der Werkbank in der Scheune versteckt hat. Er kann nicht mehr genau sagen, wie lange er dort saß. Er vermutet, dass es mehrere Minuten gewesen sind, dann sei es aber auf einmal wieder still geworden. Deswegen hat er sich dann aus seinem Versteck herausgewagt und sei langsam wieder hinüber zum Haupthaus gegangen. Im Haus angekommen, so berichtet Don jetzt den Polizisten weiter, wäre er dann direkt ins Wohnzimmer gegangen und hätte dort seine Eltern und auch seine Schwester tot auf dem Boden vorgefunden. Offenbar, so war sein Eindruck, sind sie erschossen worden, denn er hatte ja kurz zuvor die Schüsse erst gehört und außerdem ist der Boden, die Wände, alles voller Blut. Seine Eltern und auch seine Schwester sind tot. Er war wie erstarrt in diesem Moment und hat wahnsinnige Angst bekommen, weswegen er sofort den Schlüssel zum Pickup seines Vaters genommen und hinausgelaufen ist. Er sei in den Wagen eingestiegen und mit Vollgas losgefahren. Kurz bevor er dann allerdings endgültig das Gelände der Farm verlassen hat, hätte er am Tor noch einmal angehalten, denn ihm seien zwei Waffen aufgefallen, die dort im Gras herumgelegen sind. Er ist ausgestiegen und hat die Waffen an sich genommen und sie ins Auto gelegt, bevor er dann weitergefahren ist Richtung Polizeistation nach Griebwastat. Der Grund, warum er die Waffen mit sich genommen hat, war, weil er Angst hatte, dass der oder die Täter vielleicht zurückkommen und die Waffen erneut an sich nehmen könnten. Und außerdem wollte er sich im Notfall mit diesen Waffen verteidigen, falls der oder die Täter ihn jetzt vielleicht verfolgen, während er zur Polizei fährt. Nachdem die Waffen im Auto waren, ist er dann aber so schnell wie möglich losgefahren und um kurz nach 19 Uhr jetzt hier auf der Polizeistation angekommen. Das ist Don Steenkamps Geschichte, was sich ereignet haben soll. Nach dieser ersten kurzen Aussage von Don passiert jetzt etwas vollkommen Unverständliches. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass das wohl auch etwas damit zu tun hatte, zumindest war das die Rechtfertigung im Nachhinein, dass zu diesem Zeitpunkt noch kein Detektiv auf der Polizeistation angekommen war, der mit Don sprechen konnte. Aber andererseits, auch jeder normale Polizist weiß, dass das, worum Don jetzt bittet, zumindest zu diesem Zeitpunkt, auf gar keinen Fall in Frage kommen kann. Denn Don bittet darum, sich waschen zu dürfen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist doch vollkommen klar. Der Junge steht unter Schock, offenbar ist seine Familie erschossen worden, er ist mit Blut besudelt, selbstverständlich möchte er sich waschen. Er hat wohl auch die ganze Zeit während der kurzen Befragung versucht, das bereits getrocknete Blut an seinen Armen und Händen wegzureiben, was ihm selbstverständlich nicht gelungen ist. Deswegen ist der Wunsch danach, sich waschen zu dürfen, sich davon befreien zu können, ganz klar. Und das kann er auch. Aber nicht, solange keine Spuren gesichert worden sind und solange nicht Don selbst und auch die Kleidung, die er trägt, fotografiert worden ist. Man weiß zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht, warum Don eigentlich so von oben bis unten voll mit Blut ist. Wenn er seine Familie im Wohnzimmertod aufgefunden und danach direkt losgefahren ist, wie kann es sein, dass er mit Blut so besudelt ist? Deswegen müssen erst einmal Spuren gesichert werden, Fotos müssen gemacht werden, Fingerabdrücke von Don müssen genommen werden und selbstverständlich müssen Schmauchspurentests durchgeführt werden. Sowohl an Don selbst, also an seinen Händen und seinen Armen, vor allen Dingen aber von seiner Kleidung. Denn er hat ja gesagt, dass Waffen im Spiel waren. Er hat Schüsse gehört. Er hat die Waffen sogar mitgenommen zur Polizei. Deswegen ist es wichtig, herauszufinden, ob nicht vielleicht er geschossen hat. Aber all diese Dinge passieren jetzt nicht. Was passiert ist, dass Don gestattet wird, sich zu waschen. Während ein Teil der Polizisten jetzt trotzdem weiterhin versucht, Informationen von dem inzwischen gewaschenen Dons Dienkamm zu erhalten und ihn deswegen weiterhin auf dem Polizeirevier befragen, macht sich ein anderer Teil gemeinsam mit mehreren Krankenwagen auf den Weg zur fünf Kilometer entfernten Farm der Familie. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass dort vielleicht doch noch jemand am Leben ist. Doch als die Polizisten und die Sanitäter kurze Zeit später auf der Farm ankommen, finden sie tatsächlich alle drei Familienmitglieder. Christelle, Dion und auch Martella, tot im Wohnzimmer, so wie Don es beschrieben hat. Alle drei wurden auch tatsächlich erschossen. Auf Dion wurden drei Kugeln abgefeuert. Eine traf ihn in die Schulter, eine weitere direkt hinter seinem rechten Ohr und eine dritte in den Hinterkopf. Außerdem hat er schwere Verletzungen im Gesicht und auch in der Hals- und Brustgegend, was darauf hindeutet, dass er zusätzlich geschlagen worden sein muss. Christelle starb durch eine Kugel, die sie direkt in den Hinterkopf traf und die aus nächster Nähe auf sie abgefeuert worden sein muss. Die schlimmsten Verletzungen allerdings findet die Spurensicherung, die jetzt ebenfalls auf der Farm eingetroffen ist, bei Martellas Denkamp. Auf sie wurden insgesamt vier Kugeln abgefeuert, zwei davon in die Brust, zwei weitere ins Gesicht. Was zur Folge hat, dass man sie zunächst einmal gar nicht identifizieren kann, weil man sie schlichtweg nicht mehr erkennt. In Südafrika kommt es vor allen Dingen in diesen dünn besiedelten Gebieten von Nordkamp immer wieder zu sogenannten Farm-Attacks, also zu Überfällen auf Farmen. Ziel dieser zum Teil wirklich gut organisierten Banden ist es, freilich große Beute zu machen. Geld, Waffen, Schmuck, Wertgegenstände, aber auch Autos und Vieh gehören zu den Dingen, die bei diesen Raubzügen selbstverständlich ganz oben auf der Liste stehen. Kann es also sein, dass die Familie Stienkamp jetzt also die neuesten Opfer solch eines Raubüberfalls auf ihre Farm geworden sind? Absolut nichts, was die Polizei und die Spurensicherung jetzt am Abend des 6. April 2012 auf diesem Farmgelände und auch im Farmhaus finden spricht auch nur ansatzweise dafür. Denn das Erste, was normalerweise vorgefunden wird, wenn eine Farm überfallen wird, sind tote Hunde. Denn jeder Farmer in dieser Gegend hat mindestens einen, wenn nicht mehrere Hunde auf seiner Farm. Entweder um die Farm eben zu bewachen, oftmals werden sie aber auch für die Schafherden eingesetzt. Deswegen findet man immer zuerst tote Hunde, weil die Räuber natürlich diese zuerst aus dem Weg räumen, bevor sie sich dann ans Werk machen. Doch die Hunde der Stienkamp sind wohl auf. Darüber hinaus gibt es auch weder auf dem Gelände noch im Haus selbst auch nur das kleinste Anzeichen dafür, dass sich abgesehen von der Familie irgendjemand Fremdes in den vergangenen Stunden dort aufgehalten hat. Keine Schuhabdrücke auf dem weißen Fliesenboden in der Küche und im Wohnzimmer, die es ja aber geben müsste, wenn man jetzt nicht glauben will, dass sich die Einbrecher vorher noch die Schuhe ausgezogen haben. Keine Reifenabdrücke auf dem Gelände der Farm, abgesehen von denen, die Don mit dem Pick-up seines Vaters hinterlassen hat, als er von der Farm auf die Polizeistation gefahren ist. Kein allzu großes Durcheinander im Haus an sich. Dass es ja aber auch geben müsste, wären mehrere Personen dort eingebrochen und hätten das Haus nach Beute durchsucht. Es kann jetzt sehr schnell festgestellt werden, dass das Einzige, was in diesem Haus fehlt, zwei Waffen sind. Zum einen ein Gewehr Kaliber 22 und eine 375er Magnum. Genau die beiden Waffen, die Don gefunden haben will vor dem Tor der Farm, bevor er sich auf den Weg zum Polizeirevier gemacht hat. Diese beiden Waffen hatte er ja dann auch aufgehoben und mitgenommen. Sie stammen aus dem Haus. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, der mir auch schon so oft in der Vergangenheit bei den verschiedensten Fällen begegnet ist, die ich recherchiert habe und bei dem direkt gleich mal alle Alarmglocken angehen. Nämlich, wenn es heißt, dass ein oder mehrere Täter keine eigenen Waffen mit sich führen, wenn sie jemanden überfallen wollen. Aber im Falle der Steenkamps war es jetzt nicht nur so, dass die Täter, nachdem sie ins Haus kamen, sich erst einmal mühsam auf die Suche nach Waffen machen mussten, mit dem sie dann den 1,90 großen und 120 Kilogramm schweren Deon Steenkamp und seine Familie in Schach halten mussten. Nein, sie haben darüber hinaus auch sonst überhaupt nichts gestohlen. Und das, obwohl es auf dieser Farm doch einiges zu holen gegeben hätte. Deon Steenkamp hatte einen Safe, in dem sich einiges an Bargeld befunden hat. Außerdem gab es darüber hinaus noch mehrere andere Waffen und es gab auch einige Fahrzeuge, abgesehen natürlich von dem Pickup, mit dem Don zur Polizei gefahren ist, darunter zwei nagelneue Jeeps. Man muss sich also schon fragen, was sind das für Einbrecher, die aus dem Nichts unbewaffnet auftauchen, keine Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen, nicht das geringste Clown, die Tatwaffen auf dem Gelände der Farm einfach wegwerfen und dann auch noch einen potenziellen Zeugen zurücklassen. Ein Überfall auf diese Farm hat also offensichtlich nicht stattgefunden. Anstattdessen findet die Spurensicherung jetzt im Zimmer des 15 Jahre alten Don etwas, das einen ganz anderen Schluss zulässt. Unter seinem Bett, zusammengeknüllt versteckt, finden sie nämlich ein blutbesudeltes T-Shirt. Als Don Stunden zuvor um kurz nach 19 Uhr auf dem Polizeirevier ankam, fiel direkt auf, dass er an seinem T-Shirt, das er getragen hat, kaum Blutspuren hatte, was deswegen auffiel, weil er ansonsten ja über und über voll mit Blut war. All diese Informationen werden jetzt von der Farm aus an den leitenden Ermittler Detective Dick DeWall weitergegeben, der inzwischen auf dem Polizeirevier in Grigwas-Tat angekommen ist und sofort mit Don Steenkamp sprechen möchte. Doch der ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf der Wache. Umgeben von Bekannten und Familienmitgliedern, die inzwischen über das informiert wurden, was sich offenbar ereignet hat, sitzt er in einem Restaurant gegenüber des Polizeireviers. Dort hat er etwas zu essen bekommen und sich erneut gewaschen. Außerdem hat er sich auch seiner blutigen Kleidung entledigt und sie kurzerhand in einen Mülleimer auf der Straße geworfen. Detective Dick DeWall übernimmt jetzt hier und Don wird wieder zurück auf das Revier gebracht. Seine Kleidung wird aus dem Mülleimer geholt und wie es sich gehört fotografiert und als Beweismittel gesichert. Dabei fällt auf, dass Don an seinem Hals einen tiefen, langen Kratzer hat. Außerdem passiert jetzt auch das, was schon längst hätte passieren müssen. Nämlich werden Don Fingerabdrücke genommen und auch der Test auf Schmauchspuren wird durchgeführt. Es konnte allerdings kein Schmauch mehr an seinen Händen gefunden werden und auch an seinen Armen nicht, was nicht weiter verwunderlich ist, da er sich inzwischen ja schon zum zweiten Mal gewaschen hat. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, also des 7. April, wird Don Steenkamp jetzt direkt wieder auf die Polizeistation gebracht, denn Detective DeWall möchte jetzt selbst mit dem Jungen sprechen. Er soll ihm ganz genau erzählen, was am Tag zuvor passiert ist. In dieser zweiten Befragung sagt Don jetzt, dass er am Karfreitag zunächst einmal mit seiner Familie morgens den Gottesdienst besucht hat. Im Anschluss daran wären sie alle zusammen wieder zur Farm zurückgefahren und er und seine Schwester Martella hätten dann zusammen einen Ausritt gemacht. Nach dem Ausritt hätten sie dann die Pferde versorgt und gestriegelt und sie zurück in den Stall gebracht und wären dann im Anschluss ins Haus gegangen und hätten den restlichen Nachmittag gemeinsam mit ihren Eltern dort verbracht und am frühen Abend dann gemeinsam im Wohnzimmer Fernsehen geschaut. Genau das, was Don also schon am Tag zuvor ausgesagt hat. Don allerdings sei ihm eingefallen, dass die Birne in der Scheune ausgewechselt werden muss, weswegen er hinübergegangen ist. Dann hätte er die Schüsse gehört und den Rest kennt ihr und genau das erzählt er jetzt also noch einmal Detective DeWall. Dieser möchte allerdings jetzt wissen, warum Don eigentlich so voller Blut gewesen ist. Wenn er doch nur seine Familie im Wohnzimmer gesehen hat und dann sofort losfuhr, woher kommt dann das ganze Blut? Doch auch dafür hat Don jetzt eine gute Erklärung. Gegenüber Detective DeWall sagt er nämlich jetzt, dass als er ins Wohnzimmer kam, seine Schwester Martella noch am Leben war. Er sei auf sie zugerannt und hätte sie in den Arm genommen und festgehalten. Sie sei also in seinen Armen gestorben, weswegen er auch so voller Blut gewesen ist. Das hatte er in seiner ersten Aussage wohl nicht gesagt und es ist auch kaum vorstellbar, wenn man bedenkt, dass Martella ja viermal beschossen wurde. Zwei Schüsse haben sie in die Brust getroffen und zwei mitten ins Gesicht. Es ist also kaum vorstellbar, dass sie noch gelebt haben soll. Als nächstes möchte Detective DeWall jetzt von Don wissen, was es mit dem blutigen T-Shirt auf sich hat, das die Spurensicherung in der vergangenen Nacht in seinem Zimmer unter dem Bett fand. Don sagt, dass nachdem er Martella in den Arm genommen hat und sie gestorben ist, dass sein T-Shirt, das er zu dem Zeitpunkt anhatte, so voller Blut war, dass er sich entschlossen hat, es auszuziehen und sich ein frisches T-Shirt aus seinem Zimmer zu holen, bevor er dann zur Polizei fuhr. Aber auch da muss man sich fragen, wie glaubhaft ist das denn? Denn wenn er wirklich so voller Angst und Panik war, dass die Täter vielleicht noch in der Gegend sein könnten und es jetzt auch auf ihn abgesehen haben, hat man dann wirklich noch die Zeit, sich umzuziehen? Denkt man dann daran, sich ein frisches T-Shirt anzuziehen? Und selbst wenn das so war, warum hat er dann sein blutiges T-Shirt unter seinem Bett versteckt? Warum liegt es nicht einfach irgendwo im Wohnzimmer herum oder in seinem Zimmer ganz offen auf dem Boden? Warum ist es zusammengeknüllt, versteckt unter seinem Bett? Das passt alles nicht wirklich zusammen. In den kommenden Tagen wird immer offensichtlicher, dass Don Steenkamp etwas verbirgt. Und auch, wenn er erst einmal bei Verwandten unterkommt und offiziell von der Polizei nicht als Verdächtiger genannt wird, so ist er es doch sehr wohl. Während die Polizei unter der Leitung von Detective DeWall auf weitere Ergebnisse der Spurensicherung wartet, hat die Öffentlichkeit inzwischen ihre ganz eigenen Theorien, was auf dieser Farm passiert sein könnte. Und die sind zum Teil wirklich haarsträubend. Gerüchte machen die Runde, dass Martella in einem Kult gewesen ist und dass das, was mit der Familie passiert ist, eben ein satanisches Ritual war, dem die komplette Familie, jetzt abgesehen von Don, zum Opfer fiel. Dann heißt es in der Presse auch, dass Deon Steenkamp selbst der Täter gewesen ist, dass er zuerst seine Frau Christell und dann seine Tochter Martella erschossen hat, bevor er sich selbst umbrachte. Und auch die Geschichte des Überfalls auf die Farm hält sich hartnäckig in den Medien. Doch die Spurenlage im Haus und auch die Ergebnisse der Forensik und der Gerichtsmedizin, die einige Zeit später vorliegen, sprechen eine andere Sprache. Bei der Autopsie von Martella kann eindeutig festgestellt werden, dass sie in den 12 bis 24 Stunden vor ihrem Tod vergewaltigt wurde. Es meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, ein Nachbar der Steenkamps, der aussagt, dass Christell und Dion am Abend vor ihrem Tod, also am Abend des 5. April 2012 bei ihm beim Essen eingeladen gewesen sind. Und beide sind auch erschienen, allerdings ohne ihre Kinder. Don und Martella waren in dieser Zeit alleine zu Hause auf der Farm. Die Steenkamps sind erst ziemlich spät in der Nacht wieder nach Hause gekommen. Das heißt, dass die einzige Person, mit der Martella Steenkamp 12 bis 24 Stunden vor ihrem Tod zusammen war, ihr Bruder gewesen ist. Und wenn sie in den 12 bis 24 Stunden vor ihrem Tod vergewaltigt wurde, dann kommt für diese Tat auch nur ihr Bruder in Frage. Außerdem wird bei Martellas Autopsie auch noch festgestellt, dass es weitere Verletzungen gibt, die darauf hindeuten, dass diese Vergewaltigung in den 12 bis 24 Stunden vor ihrem Tod nicht die erste gewesen ist. Es konnten eindeutige Anzeichen dafür gefunden werden, dass sie auch in der Vergangenheit schon mehrfach missbraucht wurde. Da aber bei der Autopsie kein DNA-Material gefunden werden konnte, fehlen eindeutige Beweise dafür, dass es tatsächlich ihr Bruder Don war. Doch mit diesen neuen Informationen aus der Gerichtsmedizin haben die Ermittler jetzt zum ersten Mal ein mögliches Motiv für diese brutale Tat vor Augen. Wenn Martella ihrem Bruder gedroht hat, ihren Eltern alles zu verraten, was er ihr vermutlich schon mehrfach in der Vergangenheit, aber auch in den letzten 12 bis 24 Stunden vor ihrem Tod angetan hat, dann wäre das natürlich für ihn ein Motiv gewesen, sie und auch seinen Vater und seine Mutter umzubringen. Wir erinnern uns an das zurück, was ich euch am Anfang gesagt habe. Don hatte ein sehr inniges Verhältnis, vor allen Dingen zu seiner Mutter Christelle. Sie starb durch einen einzelnen Schuss in den Hinterkopf und hatte keine anderen Verletzungen. Im Gegensatz zu seinem Vater, der oftmals in der Vergangenheit streng mit ihm gewesen ist und auch im Gegensatz zu seiner Schwester, die, so zumindest die Vermutung der Ermittler ihm gedroht hat, ihn zu verraten. Das würde auch erklären, warum sowohl sein Vater als vor allen Dingen aber auch seine Schwester mit so massiver Gewalt getötet wurden. Damit nicht genug können auf Don Steenkams T-Shirt, das in seinem Zimmer unter seinem Bett gefunden wurde, Schmauchspuren sichergestellt werden. Das bedeutet, dass er entweder selbst eine Waffe abgefeuert hat, als er dieses T-Shirt trug oder aber, dass er in unmittelbarer Nähe einer Person gestanden haben muss, die geschossen hat. Außerdem passt der Riss im T-Shirt zu der Kratzwunde an Dons Hals, die Detective DeWall aufgefallen ist, als er ihn fotografiert hat. Es sieht so aus, als hätte jemand versucht, sich gegen ihn zu wehren. Don dabei das T-Shirt zerriss und ihn dabei am Hals gekratzt hat. Auch auf der Short, die er getragen hat, als er zum Polizeirevier kam, können Schmauchspuren sichergestellt werden. Bei den beiden Waffen, die Don angeblich auf dem Gelände der Farm gefunden haben will und die er dann auch mit auf die Polizeiwache genommen hat, handelt es sich um die Tatwaffen. Mit diesen Waffen wurde auf Christell, Deon und Martella geschossen. Auf den beiden Waffen können keine fremden Fingerabdrücke gefunden werden, nur die von Don, was er damit rechtfertigt, dass es sie ja auch aufgehoben und mitgenommen hat. Allerdings können weder auf dem Gewehr noch auf der Magnum irgendwelche anderen Spuren gefunden werden. Wenn diese Waffen wirklich über einen kurzen oder auch über einen längeren Zeitraum auf der Farm im Gras im Dreck gelegen haben, so wie Don es behauptet hat, dann müssten eigentlich auf den Waffen auch Spuren davon zu finden sein. Also Gräser oder auch Pollen oder Dreck, Schmutz, irgendetwas, kleinste Partikel. Auf dieser Farm ist es nicht blitzblank sauber. Wenn man solche Waffen einfach irgendwo hinwirft, dann müssten da irgendwelche, wenn auch kleinere Spuren sein. Und diese Waffen wurden wirklich ganz genau unter die Lupe genommen und es konnten überhaupt keine Spuren von Dreck oder Gras oder sonst etwas dort gefunden werden. Das heißt, dass diese Waffen zu keiner Zeit, höchstwahrscheinlich, dort irgendwo herumlagen. Es sieht viel eher danach aus, als hätte sie jemand aus dem Waffenschrank von Deon Steam herausgenommen, sie geladen, damit geschossen, sie anschließend dann in den sauberen Truck gelegt und wäre damit dann zur Polizei gefahren. Also danach sieht das viel eher aus. Nach den Morden an seiner Familie hat sich Don Steam so habe ich in vielen Artikeln bei meiner Recherche gelesen, wohl sehr seltsam und sehr untypisch verhalten. Ich persönlich bin kein Freund davon, am Verhalten eines Menschen nach so einer Tat Schuld oder Unschuld abzulesen. Es ist aber doch oftmals so, dass in den Augen der Öffentlichkeit das Verhalten eines Menschen, wenn so etwas vorgefallen ist, oftmals darüber entscheidet, ob sie ihn für schuldig oder für unschuldig halten. Ich persönlich tue das grundsätzlich nicht, weil es ganz oft in der Vergangenheit schon so war, dass ich es mit Fällen zu tun hatte, wo Menschen sich eben nicht so verhalten haben, wie es die Öffentlichkeit von ihnen erwartet hat und am Ende waren sie dann auch nicht schuldig. Das heißt, ich bin immer skeptisch, wenn es dann heißt, der benimmt sich aber merkwürdig und der verhält sich aber komisch, der muss ja schuldig sein. Also, ich gebe auf sowas nicht sehr viel, allerdings war es wohl so, dass Don hier und da auch Dinge gesagt hat, die eben einfach doch verdächtig sind, wenn man bedenkt, dass seine Familie unter diesen Umständen ums Leben gekommen ist. Zum Beispiel hat er damit geprahlt, bald nicht mehr zur Schule gehen zu müssen, weil er ja viel Geld bekommen wird. Und auch wenn er damit nicht recht behalten sollte, so war es doch so, dass seine Eltern Deon und Christelle für ihre Kinder vorgesorgt haben. Es gab wohl zwei Fonds, die angelegt worden sind. In dem einen befanden sich 500.000 Dollar für Don. Das heißt, da Martella jetzt nicht mehr am Leben ist, würden Don an seinem 21. Geburtstag umgerechnet ungefähr eine Million Dollar zugesprochen. Den Farm Wert und alles, was sich sonst noch auf dieser Farm befindet, nicht mit eingerechnet. In den zurückliegenden fünf Monaten seit dem Tod von Martella, Deon und Christelle Stienkamp hat die Polizei sämtliche Spuren ausgewertet und die Auswertung dieser Spuren haben sie zu einem eindeutigen Ergebnis geführt, weswegen sie auch am 21. August 2012 Don Stienkamp verhaften und ihn wegen Mordes anklagen. Bei seinem Prozess im darauf folgenden Jahr plädiert er auf nicht schuldig. Die Theorie der Staatsanwaltschaft in diesem Prozess ist es, dass Don um jeden Preis verhindern wollte, dass seine Eltern erfahren, was er seiner Schwester in den 12-24 Stunden vor ihrem Tod auf der einen Seite aber bestätigt durch die Aussage der Gerichtsmedizinerin auf der anderen Seite wohl schon seit langer Zeit antut. Es ist sehr wahrscheinlich und das ist auch die Theorie der Staatsanwaltschaft dass Martella Don am Abend zuvor als ihre Eltern nicht zu Hause gewesen sind genau damit gedroht hat. Die starken Indizienbeweise, die die Staatsanwaltschaft in diesem Prozess jetzt Stück für Stück aneinander legt, zeigen ganz klar, dass nur Don Steenkamp als Täter in Frage kommt. Denn es gab nicht einen einzigen Beweis dafür, dass sich zum Zeitpunkt der Morde eine oder mehrere andere Personen auf dieser Farm auf dem Gelände, geschweige denn im Haus, aufgehalten haben. Wären dort andere Personen gewesen, hätte man das anhand von Spuren leicht beweisen können. Doch die gab es schlichtweg nicht. Die Tatsache, dass an seiner gesamten Kleidung Schmauchspuren gefunden wurden, spricht dafür, dass es Don war, der die Waffe oder die beiden Waffen abgefeuert hat. Und, dass die Tatwaffen aus dem Haus stammen und auf ihnen keine fremden Fingerabdrücke, sehr wohl aber seine gefunden wurden, sprechen ebenfalls eine eindeutige Sprache. Die Verteidigung auf der anderen Seite versucht jetzt das Motiv, das Don angeblich für diese Morde gehabt haben soll, komplett in Luft aufzulösen, indem sie behaupten, dass es niemals eine Vergewaltigung gab, weder in den 12-24 Stunden vor Martellas Tod, noch in der Vergangenheit. Die Ergebnisse der Autopsie erklärt sich die Verteidigung jetzt ernsthaft damit, dass Martella wohl einen Tampon falsch benutzt haben soll und dadurch sollen diese Verletzungen entstanden sein. Also ich habe auch gelesen, dass der Richter entsetzt gewesen ist, als die Verteidigung anfing, diese Taktik zu fahren und das Ganze dann auch wohl unterbrochen hat und ich habe auch in einer Quelle sagen, es war nur eine Quelle, in der ich das gelesen habe und ich weiß nicht, ob die Verteidigung wirklich das auch im Gericht gesagt hat, aber es war wohl auch so, dass die Vermutung auf Seiten der Verteidigung da war, dass Martellas Verletzungen auch durch das Reiten entstanden sein könnten, da sie in der Vergangenheit ja sehr oft geritten ist, so hätten ja diese Kamp vergewaltigt wurde und zwar bereits mehrfach in der Vergangenheit und es gibt einen Unterschied zwischen Verletzungen, die man sich möglicherweise vielleicht oder vielleicht auch nicht durchs Reiten zufügt oder die bei einer Vergewaltigung entstehen. Am Ende des Prozesses wird Don Steenkamp des Mordes schuldig gesprochen. Er bekommt die Höchststrafe für Jugendliche in Südafrika, das sind 20 Jahre. Bei guter Führung hat er allerdings auch gute Chancen vorzeitig entlassen zu werden, aber selbst wenn er die 20 Jahre absitzen muss, er war zum Zeitpunkt der Tat erst 15 Jahre alt, das bedeutet, dass er Mitte 30 ist, wenn er wieder auf freien Fuß kommt. Genügend starke Indizien, die eine Staatsanwaltschaft vor Gericht so aneinander legen kann, dass es am Ende eine Indizien Kette ergibt. die nur einen Schluss zulässt, nämlich dass derjenige, der angeklagt ist, auch der Täter war, ist, und das habe ich in der Vergangenheit auch schon sehr oft gelesen, mindestens so stark wie ein DNA-Beweis. Für mich, und damit bin ich am Ende wie immer in meinen Videos, auch bei meiner ganz persönlichen Meinung zu dem, was ich euch gerade alles erzählt habe, ist es der Staatsanwaltschaft in diesem Prozess gelungen, genau so eine starke Indizienkette vorzulegen und damit zu beweisen, dass Don Steenkamp seine Eltern und auch seine Schwester getötet hat. Mit Indizienprozessen ist es grundsätzlich immer schwierig, weil es natürlich am besten ist, wenn man Fasern, Haare, Fingerabdrücke und am besten noch jede Menge DNA an dem oder den Opfern findet, sodass man am Ende zweifelsfrei sagen kann, der oder diejenige hat diese Tat begangen. Das war in diesem Fall zwar nicht so, aber trotzdem, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, auch starke Indizien, die ein eindeutiges Bild zeigen, reichen aus, um zweifelsfrei beweisen zu können, dass jemand eine Tat begangen hat. Und ich persönlich finde, und das muss niemand teilen, aber ich finde, dass das in diesem Fall genauso war. Es gibt keinerlei Spuren, wirklich, nicht die leiseste Spur auf irgendwelche anderen Personen oder eine einzelne Person, die dieses Verbrechen begangen haben könnte. Noch dazu, wenn man die ganzen eindeutigen Spuren mit dazunimmt, die Andon selbst an seiner Kleidung gefunden worden sind, die Tatsache, dass er sein T-Shirt versteckt hat, die Tatwaffen, die aus dem Haus der Familie stammen und auf denen nur seine Fingerabdrücke sind. Das Ganze zusammengenommen mit dem Motiv, das ich persönlich auch für sehr glaubwürdig halte, reicht für mich aus, um als Laie, der hier sitze, am Ende zu sagen, dass ich glaube, dass der richtige Hintergittern sitzt. Ja, meine Lieben, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zu diesem gesamten Fall und auch zu dem Urteil, das am Ende gefällt worden ist, sagt. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und Einschätzung dazu. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.